ARD Text im Auftrag von Funk Nee, meine Munition ist noch da, oder? Ich war erst im Flughafen und hab's ja... Ich hab nichts mitgenommen. 1911er, zwei Bandage, einmal Morphin, einen Skin und einmal Heatpack hab ich. Hinten drin hab ich ne Wasserflasche, viermal Starnach... Ey, bitte sag mir, du hast den Skin mitgenommen. Ja. Och. Ein Glück, ne? Jetzt sind wir fucking am Arsch, weißt du das? Unser gutes Auto ist weg, man. Ich wusste es, das Ding ist scheiße geparkt. Es war super geparkt! Ja, warum ist es denn weg? Ich geh... also... ich geh... ich geh... Weiß ich nicht. Don't know! Hallo! Bull, wo bist du denn grade auf... du gehst vor, oder? Bist du noch nicht? Bull auch da? Ja, ist auch im Channel hier, ja. Wirklich? Verdammt, ey, wir müssen unbedingt... Wie viel zu essen und zu trinken hast du? Ich hab genau einmal Essen, einmal trinken. Äh... Einmal Essen, einmal trinken? Ich war so schlau und hab die Wasserflasche mit eingepackt, nicht die Dose. Äh... Dammit. Verdammt, ey. Wir müssen unbedingt Waffen finden, die wir ja sowieso nicht transportieren können, weil wir kein Auto mehr haben, um dann zu handeln. Ja, wir haben unsere Anzeige noch. Dieses kleine Vorteil. Ja, warte mal. Wo sind wir ausgelockt? In der Nähe von Objekt A, ne? Ja. Ja, ja. Da müssen wir dahin, wo es weiß ist, und zu diesem hohen Punkt gehen. Vielleicht finden wir ein Auto. Wollen wir weiter? Wo bist du? Ja. Okay. Natürlich sieht man uns mit dem Skin auf dem Schnee sehr gut. Aber wenigstens hab ich jetzt die CCU noch mit Waffen, ey. Nur die Emulsion. Das sieht so geil aus, wie wir ja lang laufen, ey. Zwei Schneekrieger! Meinst du, die DMR ist gut auf nahe Distanz bei dir jetzt? Aber mit Crosshair geht's doch, oder? Du auch gelbe Kette? Nein. Ich muss übrigens bald was essen und trinken, das ist schon alles gut. Warte mal kurz. Wenn du stehen bleibst, stell dich mal beim Baum hin, lieber. Hab ich Fernglas noch mitgenommen? Ja, hab ich gut. Okay, die nötigsten Sachen, also wir können's Feuer machen und so, wenn wir ein Tier finden auf jeden Fall. Ich hab alles dabei. Ich hab die Crash-Scheid da oben. Ja. Zehn gleich noch. Hast du Pistole zum Schießen? Ja, hab ich. Ich hab hier irgendwie so Licht-Bugs auf meinem Charakter. Hast du das auch? So, so... Fragment-Teile mäßig. Bisschen ein, zwei kleine. Ja, das sind irgendwie so Schatten-Berechnungen fallisch auf den Anzügen. Ich geh mal ein Stückchen näher zum Stein hoch, kurz wo der Crash seid. Ich seh noch keine Zombies. Ich seh ne Wasserflasche da drin, gehört die zum Heli. Eher nicht. Ah, die vom PRN-Plan. Also wirklich schneller da. Wir müssen unbedingt ein Fahrzeug klar machen. Ah, warte mal. Die Backmonitor mal anmachen. Hast du Zombies hier? Nee, ne? Hier ist ne Kili-Suit drin. Ich führ Zombies. Nimm mal die AKM mit. Ach ne, können wir nicht. Die liegt hinter dir. Das ist ne... Zombies sind gespawnt um uns rum. Das ist ne... Das ist ne... Das ist ne... Das ist ne... Warte, lass mich schießen. Ich kann ihn nicht erschießen. Der spawnt und despawn immer. Nee, Spawn-Fuck. Äh, Spawn-Fuck. Er ist so dead. Aber der hittet einen, wenn man... Kannst du die Waffe nehmen? Oh, er hat mich gehittet und ich blute auch direkt. Ja, wenn wir zu behindert sind... Oh, hallo. Kannst du mal Ruhe geben im Side-Channel? Ja. Das unterbindet sowas natürlich, indem man selber im Side-Channel redet. Oh, wo kommen die... Wir müssen die scheiße Waffe mitnehmen, damit wir es irgendwie gegen tauschen können, diese STGW-44. Ich darf's gar nicht nicht. Kannst du tauschen? Ich glaub nicht. Scheiße, maaan. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen ein Auto finden. Wir können nichts mitnehmen, um was zu tauschen. Da sind noch zwei Zombies links. Drei. Wollen wir die töten? Wollen wir sie töten? Ich überlege... Wir müssen... Du musst bedenken... Okay, ich treffe nicht. Ja, ich treffe nicht. Egal. Weiter. So ein Shit, Mann. Die gewonnen so Zaron. Das kommt nur, weil wir gestern nicht gezockt haben. Oh. Und der Makarov-Kill war schon wieder da. Der Silence-Killer mit der Makarov. Oh. Ich hoffe, wir sind überhaupt richtig. Ich hab grad keine Ahnung, aber irgendwie müssen wir von hier aus irgendwann dieses... Dieses... ...Pünktchen da sehen, diese Base. Ja, du hast die gerade. Ah. Ah. Aber ich... Ich muss grad... Ich muss mein Video... ...stoppen. Hm. Ja, die Richtung musst du auf jeden Fall passen. Damit ich FPS schon... Also ich hab grad 30. Es geht eigentlich. Ich hab 40. Auf... ...nehmen. Oh, die Party gibst du. Oha. Oha. Ah, ich glaub das war's noch nicht, ne? Ne, kein Blitzen. Wir können weiter. Ich glaub die reden irgendwie von unserem ORZ, oder? Irgendeiner hat den doch geklaut, 100%! Oha. Oh man. Wir sind am Tor geklaut. Ah, ich seh da irgendwas. Das ist gar keine Base. Das ist dieses Stone Edge Ding. Mit den Steinen. Das hat bestimmt noch was mit der Story nachher zu tun. Ja. Pro... ...Point AI, oder so. Jetzt bekommt Boom Dänisch. Ist das erste Kaufgeld. Sehr gut. Teil meinte auch, diese vom PRN Clan, das sind so ein bisschen... ...die ballern auf alles. Ich glaub das... Ich glaub das... Ich glaub das... Es lohnt sich gar nicht, da runter zu gehen, hab ich das Gefühl. Ich seh da überhaupt nix. Nur so ein paar komische Steinmuster, die wie Stone Edge aussehen. Es gibt kein ORX, man. Das war unser ORZ, den ihr geklaut habt. Ich glaube. Ähm, ja warte mal. Hallo. Boah. Sind die... Sind die Leute echt zu dumm zu... Alle... Ah, er hat's aber... ...gleichs ins Feuer geschrieben. Hm... Wo kriegen wir jetzt ein Auto her? Wir hatten mit den US-Z-VIL-Glück. Wir müssen uns ein Auto... ...von anderen Spielern initiieren, denk ich mal. Warte mal, wir waren doch auf dieser Military Base, die bei Norinsk ist, oder? Ja. Hast du gelesen? Ja, ja. Dann sind wir noch nicht bei Project AI. Okay. Weil da müsste ne Hauptstraße hinführen, wo hochgefahren sind. Wir müssen weiterlaufen. Das müsste hinter diesem Hügel hin sein. Da geht ne Hauptstraße hoch. Oh. So. Ähm, ja, dann... ...begeben wir uns mal zu diesem Weg, würde ich sagen, oder? Ein Glück habe ich die Klamotten. Jetzt wäre ich schon wieder tot. Er hätte ja den Kiddishuter, oder? Der bringt ja nicht viel. Ähm, soll angeblich auch Wärme bringen. Müssten wir Teil mal fragen, oder Kasa. Aber soll auch... Ja, vielleicht... ...den können wir schon mal aufheben. Den können wir vielleicht schon mal zum... ...Nutel verwenden. Ähm, wir müssen aufpassen. Weißt du? Vom Berg links da drüben, ne? Da kannst du super rüber-snipern, weil uns sieht man hier super an dem Weißen. Natürlich! Mit ner... ...mit ner Sniper, die was hier in dem Spiel nicht vorhanden ist. Hehehehe. Kannst du mal dem Air nicht rüber schießen? Von da drüben schießt einer mit ner DM Air zu uns rüber. Wer weiß. Da muss der aber verdammt viel Glück und Skill haben. Oh, Hasen, Hasen, Hasen! Wo, 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 wo? Äh, er ist zu schnell, er ist zu schnell, er ist zu schnell! Da läuft er, da läuft er! Ich springte! Das kriegst du niemals! Der lenkt uns von der Richtung! Ach, der ist schon 10 Kilometer weg! Hör auf! Lass es, lass es! Der lenkt sich nach! Ich hätte mit dem, er schießen sollen! Ja, genau! Hey, ein Fleisch! Wir werden reich! Du wolltest... Du wolltest nur... ...schießen! Ich weiß! ...die Sound-Mod hören! Äh, sind wir jetzt dran vorbeigelaufen? Oh, dran vorbei! An dieser Hauptstraße! Die Hauptstraße? Keine Ahnung! Lass mal hier runterlaufen! Die müssten wir eigentlich hier irgendwo sehen! Ah, ich seh schon diese Türme da unten links! Also, die nördliche große Stadt ist nicht zu empfehlen, weil da gekämpft wird! Anscheinend von den einen Typen! Immer! Ja! Hm, Karsa hat ein paar Probleme mit dem Handeln! Wir müssen unbedingt gucken, dass wir einen größeren Rucksack bekommen! Ja, zumindest, dass eine Waffe reinpasst, weißt du? Dass sie zehn Slots hat! Wir hätten einen Rucksack erhandeln können, das weißt du, ne? Letztens! Ja! Wir hätten das... Ja, das kommt nicht mehr drauf! Wir hätten das Auto eigentlich weggeben müssen! Wir hätten feilschen müssen! Nein, wir hätten das Auto weggeben müssen! Oh! Weil, guck mal, Auto wird sowieso geklaut, weißt du, irgendwann so! Dann hast du wenigstens noch einen größeren Rucksack an! Ja, aber die nehmen keine Auto, oder? Nee! Glaub nicht! Versuchen kann man's! Haha! Kann man sich vorstellen! Das ist ja Typen, vor allem mit dem URZ zum Handeln, es passt um das Auto zu verkaufen! Ja, auf jeden Fall können wir ja vielleicht schon mal dann später versuchen, ähm, mit dem Killisuit einen Rucksack zu erhandeln! Womit wir schon mal eine Waffe transportieren können, von der Größe her! Ja! Ähm, das da unten ist jetzt Sepcan Mine, oder Norin? Nee, das da links ist Warehouse, oder? Das ist die Warehouse, oder? Ja, ja, genau! Ich wollte die Stimmung etwas auflockern! Ja, natürlich! Du bist übermüdet, ich bin krank! Das ist ja eine gute Voraussetzung für eine tolle Aufnahme! Oh, die Serverkette! Jetzt kommen sie alle auf den Server geprescht, oder was? Das Ding ist, wo finden wir denn Rucksäcke? Nur im Supermarkt, oder? Supermarkt, Dear Sands angeblich! Gut, dass die Sound-Mode jetzt endlich drauf ist! Ja! Die man schon aus GGC, aka Extended, aka Daisy Extreme kennt! Zwei Zombies zur Begrüßung! Zwei Zombies zur Begrüßung! Drei! Detektet! Einer da! Ja! Juhu! Oh! Da bist du gewesen, habe ich gesehen! Oh! Ah! Ein Magazin weg! Sonst ist es wieder, dass du bei der Zombies reinkommst! Zwei neue Zombies, drei neue, vier neue! Ich lauf da jetzt einfach rein, das ist egal! Ich hab keinen Bock jetzt jeden Zombie zu erschießen! Ich hab hier Heat Packs! Hier was zu trinken! Kann man normale Munition, die wir hier finden, eigentlich auch tauschen? Ah, jetzt bin grad ein bisschen eingesperrt hier! Mit fünf Zombies! Ab durch die Mitte! Miau! Ach, da bist du gewesen! Gehst du rechts, ich links? Diesmal, oder so? Ja! Ah, ah, ah! Ok, ok! Ich hab hier noch ein Skin! Ich bin schon wieder in diesem Häuschen, wo man nicht rauskommt! Walker 2 Outfit! Ah, nichts besonderes! Ja, ne, die Enfield hab ich hier, aber, ja, bringt alles nichts! Ne! Das alles versuchen mitzunehmen, was wir können, was sich vielleicht tauschen lassen würde! Ehere Dosen! Hehehe! Na, zu- Ohaah! Zum Auffüllen! Ohaah! 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 Wir haben kein- Hast du- Ich hab zwei Bloodpacks! Ich hab jetzt keine Bandages mehr! Ich hab auch keine mehr, die müssen wir finden! Na dann sieht zu, dass du nicht ge-hitted wirst! Ich hab schon ge-blootet! Und wie hast du dich verbunden? Da hat sich noch ne Bandit! Ah! Hier finden wir sogar ne Winchester! Ok, mir geht's schon wieder nicht so gut grade! Ist schon wieder nackter Überlebenskampf hier! Ein Mist! Ist das nicht immer so wie uns? Na ja, am Anfang letztes Mal war's ja auch so! Da ging's ja noch ganz gut aus, irgendwie! Aber jetzt nicht mehr hinten lassen wird schwer! Oh Gott! Natürlich! Was, was? Dann sind mir die Beine gebrochen! Ich bin durchgelaufen und ist irgendwie hinter der Ecke in der Ecke geschnitten! Dann laufst du vorbei! Wo bist du denn jetzt? Nordöstlich? Hm. So? Ja, da hast du! Oder warte mal, vielleicht können wir dem Weg folgen? Sekunde! Ähm... Warehouse... Ne, wir müssen... Nordöstlich auf jeden Fall! Läuft mit den Zombies raus! Wieso? Auf einmal... 4! Hast du was gefunden hier? Ne! Lauf nach Nordost! Schnell, schnell! Wir müssen glaube ich weiter nach rechts hoch irgendwie! Sie dürfen nicht den Weg lang laufen! Der führt auf die andere an zur Heldseite! Zombies machen gerade einen Spaziergang da hinten! Was? Asien? Da sind zwei Military Turmalinks, ne? Okay, Blow out! Was ist das?